Wir bei Jimdo lieben Selbständige. Euren Mut, eure Power, eure Leidenschaft. Darum folgen wir schon seit über 15 Jahren unserer Mission, euch zu unterstützen, eure Business-Ziele zu erreichen. Von Anfang an, Schritt für Schritt und mit all unserer Kraft. Heute ist Jimdo weit mehr als nur ein Webseiten-Baukasten. Nämlich die Komplettlösung für alle, die ein Business gründen, am Laufen halten oder weiter ausbauen wollen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal all unser Wissen und unsere Erfahrungen in einem Paket gebündelt. Mit allen Tools und Services, die du als Selbstständiger für einen problemlosen Start und nachhaltigen Erfolg brauchst. Leg los mit deiner persönlichen Gründungsberatung. Erfahrene Profis aus der Praxis beantworten deine Fragen, beraten dich zu Fördermitteln und helfen dir, dein optimales Setup für dein Business zu finden. So sparst du Zeit und Geld und kannst deine Ziele noch schneller erreichen. Geh einfach online und erstell deine professionelle Webseite mit deiner eigenen Domain. Mit unserem bewährten Website-Baukasten geht alles super einfach und vor allem rechtssicher. Denn mit unserem Rechtstexte-Manager werden Impressum, AGB, Widerrufsbelehrung und so weiter automatisch erstellt. 100% abwannsicher mit unserem Partner Trusted Shops. Und wenn du dein Business voranbringen willst, dann erweiterst du deine Webseite jetzt oder später einfach um den eigenen Online-Shop. Für noch mehr Reichweite und zufriedene Kunden. Jimdo bietet dir sogar ein eigenes Geschäftskonto bei unserer Partnerbank Solaris. Mit Finanz-App und Visa Debit Card trennst du von Anfang an Berufliches von Privaten und behältst so volle Kontrolle über deine Business-Finanzen. Was auch immer gerade für dich und dein Business wichtig ist, mit Jimdo an deiner Seite bist du selbstständig, aber nicht allein. Ich bin Matze, Gründer von Jimdo und freue mich drauf, mit dir zusammen loszulegen.